Servus Leute, ich bin der Seeker und wir sind in Dark Souls 2 und der freut sich mal wieder mit seinen alten Leuten hier, mit den Skeletten und den alten Seelen, die in den Türen hausen. Na, mal in meiner Nase kratzen. Das muss auch mal sein, auch für mich, den, ne, Idioten schlechthin. Und da oben kommen wir wahrscheinlich nicht an die Kiste. Der freut sich jetzt, seine alten Kameraden wieder zu sehen. Ei, 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 ei. Okay, The Maw. Hier hinten ist ja, glaub ich, nichts mehr. Mal auf die Karte gucken hinein. Auf der Seite, ob hier irgendwie ne Kiste angezeigt wird, auch nicht. Dann gehen wir mal eben hier rüber. Aus dem Weg, aus dem Weg. Aus dem Weg. Müsst mir jetzt da rüber. Scheinbar ne festen Marker zeigt dahin. Die Sense sieht geil aus, wenn er die so groß hat. Also das große Sense ist wie jetzt auf dem Pferd. Und da müssen wir sehen, was das für den Weg macht. Also das ist so groß, damit wir jetzt auch noch überschreiten sind. Wie isst du so groß Выsel? Ich glaube hier in der Nähe in der Nähe. Oh, ich würde es ja nicht mehr heulen. Und da werde ich'n Fall begrenzen. Ja, das wäre dann aber auch noch nicht möglich... Ich würde es ja nicht mehr nötigen. Ich würde es euch machen, ob es ihm nur das Geleben ist. Ja, Leute, wie würde ich das denn? Oh, ich würde es euch auch mitnehmen machen. Also das ist die Möglichkeit, wir wollen wir vorher nicht zufrieden, Die Kastenmarker haben. Dürfte es ja hoffentlich nicht mehr ganz so lange dauern. Ja, wobei das mit Kastenmarker eigentlich gar nichts zu tun hat. Nope. Denied! Okay, wieso er jetzt dahin gesprungen ist, ist nun mal wieder ein Rätsel. Dies ist mir aber auch egal, dieses Rätsel. Hier rechts ist irgendwo eine Kiste, da hinten. Teil ist es aber auch echt schon zu einfach mit den Kisten, wenn die alle auf Karten angezeigt werden. Der Glaive, der hat auch nicht Damage, aber halt keine Effekte. Ach, scheiß doch jetzt einfach hier auf die scheiß Skelette. Ich laufe ja noch mal weiter. Die Musik wird ein bisschen dramatischer. Und es sieht mir hier wie eine Anhöhe aus. Serpent's Peak. Ich glaube es kommt eine Cutscene. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß. Dürfen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Geht in die Throne-Rumme. Festung. Ich muss mal ganz kurz Traps ausmachen, weil irgendwie habe ich 60, also habe ich keine 60 FPS mehr hier. Ich schaue mal, ob meine Festplatte irgendwie voll geworden ist oder so. Eine Sekunde. So, und weiter geht's. Hoffe ich mal, okay, es leckt immer noch ganz komisch, ob es jetzt am Spielen liegt oder so. Ich weiß es nicht. Also Festplattenplatz habe ich noch ohne Ende. Keine Ahnung. Ich hoffe, man sieht es nicht, weil auf YouTube ist ja sowieso nur 30 FPS. Ich persönlich merke es jetzt gerade doch schon ziemlich krass, dass es keine 60 FPS mehr sind, auf denen ich spiele. Ich merke es sogar ziemlich hart. Ich glaube, es sind sogar unter 30 FPS. Ach, scheiße, sowas. Ich hasse das ja. Kann dieses Spiel nicht einmal vernünftig und flüssig komplett durchlaufen? Meine Fresse, ey. Was ist mit meinem Spiel los? Wenn ich eins nicht haben kann, dann ist es, wenn ich alles andere zugemacht habe, was irgendeine Leistung ziehen könnte und das Spiel dann aus unergründlichen Sachen immer noch scheiße hart am Längen ist. Also, ja, also ich sag mal, es sind jetzt vielleicht 10 FPS, die ich habe. Ich weiß nicht, was ich dann gleich machen soll. Ob ich gleich einfach mal das Spiel neu starten soll oder mal ein PC neu starten soll oder weiß nicht was. also will ich auf jeden Fall nicht weiterzocken. oder so. dymlu därnifelsch What the actual fuck war das? Bei mir hat sich einfach mal irgendwas jetzt gerade wieder aufgemacht und ich bin auch im Desktop geswitcht worden. Es ist Oberhammer-Affen geil und so Also Dass ich jetzt Leggy spielen darf Obwohl ich das Spiel locker immer mit 60 FPS gespielt habe Es ist Toll sowas Wieso Dreht sich die Kamera die ganze Zeit Ja Es ist Motherfucking dämlich Was hier gerade abläuft Kamera dreht sich die ganze Zeit lieder Warum sie auch immer dreht Ich habe keinen Plan Auf jeden Fall bin ich jetzt Auf dieser scheiß Plattform hier Und bei nächst besser Gelegenheit Werde ich mal dieses scheiß Spinnenbeil starten Die Multi-Health Potion Wo sind jetzt die Handschuhe eigentlich hin Die hätte ich jetzt aufgehoben Die sahen auch nicht schlecht aus Die sind sogar noch besser als meine alten Sick Schleckt wieder ein bisschen arg hart Aber ich habe bisher noch keinen einzigen Checkpoint gehabt An dem ich vernünftig hätte Das Spiel neu starten können Ich teste mal ganz kurz ob das vielleicht an Traps liegt oder so Das ist Wenn ich Fraps ausmache Das ist da irgendwie nicht mehr Okay also irgendwie lässt Fraps das Spiel lenken Ich habe keinen Plan wieso Weil Ich meine Es hat auch vorher alles immer auf 60 FPS hingehauen Vielleicht ist es daran Dass der PC jetzt Schon zwei Tage oder so an ist Ohne zu gestarten Was ich dann aber auf jeden Fall noch ändern werde Wenn ich dann mal die Möglichkeit hätte Achso hier oben an dem Pfahl kann man ran Sehr schön Ja Halt dich nicht fest Ist vollkommen egal Will ja auch keiner dass du sowas tust Aber irgendwie bin ich trotzdem hier hinten jetzt Ich weiß es nervt dass ich mich jetzt darüber aufrege Aber es kotzt mich an dass ich dieses scheiß Spiel letztendlich in 60 FPS zumindest spielen kann Ich probiere es jetzt ganz einfach mal hier jetzt einfach mal das Spiel neu zu starten Weil ich mache eben den ganzen PC neu an Ähm Ah ne Wisst du was Fünf Minuten Ich mache den Part eben noch zu Ende Das ist mir jetzt scheißegal Das ist mir jetzt echt scheißegal Danach mache ich dann Den PC neu an Weil Ich will jetzt nicht hier Für fünf Minuten dann den PC neu anmachen Zumal die FPS sich stabilisiert hat Lag vermutlich am Gebiet draußen Dass das Spiel irgendwie lecky war oder so Und plötzlich ist die FPS wieder stabil Das Spiel ist arschflüssig Ich habe über 60 FPS Also zumindest wie es aussieht Ähm Von daher Spielen wir doch einfach noch ein Röhnchen weiter Jetzt wo es funktioniert Okay Da unten ist es verschlossen Okay Eternal Throne Und ich glaube wir dürfen jetzt ein wenig kämpfen Sind das wohl Nephilim Nephilimgeister oder Ne noch nichtmals Das sind alle Freunde scheinbar Aber egal Leute Wisst du was Fick diesen Teil Ich habe überhaupt keinen Bock Auch wenn diese coolen Kletterpassagen Außen an diesen ganzen Wänden Richtig cool wären Hat mich diese Times noch angekotzt Egal Wir machen hier Schluss Bei zwölf Minuten schon Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Bei was immer auch ihr macht Ähm Ja man sieht es im nächsten Teil von Dark Souls 2 Hoffentlich ohne FPS Probleme Ciao ciao